Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel war seit dem Tod seines Vaters Karl I. am 26. März 1780 als Karl II. Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel und führte den Titel eines Herzogs zu Braunschweig und Lüneburg. Er stand als Feldmarschall in preußischen Diensten und war ein Förderer von Karl Friedrich Gauss. Leben Karl Wilhelm Ferdinand war der Sohn des Herzogs Karl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel und Philippine Charlotte von Preußen, einer Schwester von König Friedrich II. von Preußen. Inmitten seiner 13 Geschwister aufwachsend, erhielt er als Erbprinz des Fürstentums eine angemessene Erziehung durch den Abt Jerusalem. Aufgrund der engen verwandtschaftlichen Beziehungen zum preußischen Königshaus und eines Subsidienvertrages, in dem das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel Truppen an Preußen zur Verfügung stellte, kämpfte der junge Karl Wilhelm Ferdinand während des Siebenjährigen Krieges in den Schlachten von Hastenbeck, Minden und Warburg auf alliierter Seite gegen Frankreich. Es kam sogar zu einem heftigen Konflikt zwischen ihm und seinem Vater, der ihn aufforderte, das Heer zu verlassen. Von seinen Onkeln Ludwig und Ferdinand wurde er gerade mit gegenteiligen Anfeuerungen überschüttet. Aus seinem Dilemma erlöst wurde der unglückliche Erbprinz schließlich von König Friedrich, der Herzog Karl mit sanfter Gewalt wieder der norddeutschen Koalition zuführte. Am 16. Januar 1764 heiratete Karl Wilhelm Ferdinand die älteste Schwester des Königs Georg III. von Großbritannien, Prinzessin Augusta von Hannover. Das Verhältnis der Ehegatten war konventionell und warte die höfischen Formen. Die Ehen der Töchter Auguste Caroline und Caroline Amalie scheiterten und von seinen vier Söhnen war nur der jüngste Friedrich Wilhelm, körperlich und geistig gesund genug, um die Nachfolge des Vaters im Jahre 1806 anzutreten. Auf einer Reise nach Italien lernte Herzog Karl Wilhelm Ferdinand 1766 seine langjährige Maitresse Maria Antoinette von Brancony kennen. Aus dieser Beziehung entspross ein Sohn, Karl Anton Ferdinand, Graf von Forstenburg. 1780 trat Karl Wilhelm Ferdinand die Nachfolge seines Vaters als Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel an. Seine Regierung war anfangs geschickt geführt. Erfolgreiche Reformen ließen das kleine Fürstentum Braunschweig aufblühen. Unter dem Einfluss von Abt Jerusalem und dem Pädagogen Joachim Heinrich Kampe war der Herzog ein echter aufgeklärter Fürst, der auch die Kunst förderte, zum Beispiel den Sänger Karl Meichior Jakob Moltke. 1777 trennte er sich von Maria Antoinette von Brancony und ersetzte sie durch Luise von Hertefeld. Mit dieser Maitresse lebte er nahezu 30 Jahre glücklich zusammen. Seine Tochter Caroline bezeichnete Luise von Hertefeld als das schönste und geistreichste Geschöpf bei Hof. Seine größte Leidenschaft aber blieb das Militär. 1773 übernahm er das vormalige Regiment Schwerin zu Fuß in Halberstadt. Im Jahre 1787 wurde Karl Wilhelm Ferdinand zum preußischen Feldmarschall ernannt. Im Sommer 1787 rückte er mit einem Heer nach Wesel und im September besetzte er Holland, als der Stadthalter Wilhelm V. und seine Frau Wilhelmina in Schwierigkeiten geraten waren und seit einem Jahr ein Bürgerkrieg drohte. Seine Widersacher, die Patrioten, flüchteten nach Amsterdam und die Stadt ergab sich am 10. Oktober. Wahrscheinlich wurde aus diesem Grund nachher in Berlin das Brandenburger Tor errichtet, dies im Auftrag von König Friedrich Wilhelm II., der seiner Schwester mit einer Armee von 26.000 Mann zu Hilfe kam. Während des Ersten Koalitionskrieges erhielt er den Oberbefehl über die preußischen und österreichischen Truppen, die die französische Revolutionsarmee besiegen sollten. Mit dem ungeschickt formulierten Manifest des Herzogs von Braunschweig vom 25. Juli 1792, das die Bombardierung von Paris ankündigte, Sollte die königliche Familie verletzt werden, provozierte er den tolerierenden Sturm und trug damit zum Ende der Monarchie in Frankreich bei. Das Vorhaben scheiterte mit der Kanonade von Velmi. Er siegte 1793 in der Schlacht bei Kaiserslautern. Der Herzog legte 1794 den Oberbefehl nieder. Im Jahr 1796 führte er das Observation Score an der Weser, das preußischerseits die im Basler Frieden festgelegte Demarkationslinie sichern sollte. Während des Dritten Koalitionskrieges erhielt Braunschweig im Oktober 1805 den Oberbefehl über die in Preußen und Schlesien zusammengezogenen Truppen. Von Januar bis März 1806 sandte ihn König Friedrich Wilhelm III. in diplomatischer Mission an den St. Petersburger Hof, um das durch den Vertrag von Schönbrunn getrübte Einvernehmen mit Russland wiederherzustellen. Im Zuge des Vierten Koalitionskrieges betraute Friedrich Wilhelm III. Im Sommer 1806 Karl Wilhelm Ferdinand mit dem Oberbefehl über die preußische Hauptarmee. Für ihn und in der Öffentlichkeit galt er durch ein hymnisches Lob Friedrichs des Großen als größter preußischer Feldheld des ausgehenden 18. Jahrhunderts andere monierten seine im Alter noch zunehmende Unentschlossenheit. Karl Wilhelm Ferdinand selbst hatte sich zunächst widersetzt, weil ihn mit dem Tod Luise von Härtefels ein schwerer Schicksalsschlag ereilt hatte. Zu Beginn der Schlacht bei Auerstedt am 14. Oktober 1806 zerschmetterte ihm eine von der Seite kommende Gewehrkugel beide Augen. Der Verlust des Oberkommandierenden trug wesentlich zur preußischen Niederlage bei. Auf einer Barre erreichte Karl Wilhelm Ferdinand am 20. Oktober Braunschweig. Unter Verzicht der durch eine Sehschwäche behinderten älteren Söhne bestimmte er den jüngsten Friedrich Wilhelm von Oels zum Thronfolger. In einer Nachricht an Napoleon bat er für sein neutrales Land um Schonung und für sich selbst darum, ihn in Ruhe sterben zu lassen. Da Napoleon dies ablehnte, verließ er Braunschweig am 25. Oktober wieder und erreichte über Zelle und Harburg-Altona und damit neutrales dänisches Gebiet. Im Gasthaus am Felde 5 in Ottensen nahm er Quartier. Es war ihm vergönnt, dort von seiner Frau, seiner Schwester und den beiden ältesten Söhnen Abschied zu nehmen, Bevor er am 10. November 1806 im Alter von 71 Jahren seiner Verwundung erlag. Zunächst in der Christianskirche in Ottensen bestattet, fand er seine letzte Ruhestätte 1819 in der Krypta des Braunschweiger Doms. Nachkommen Karl Wilhelm Ferdinand heiratete 1764 Prinzessin Augusta von Hannover, Tochter von Friedrich Ludwig von Hannover, Fürst von Wales. Auguste Caroline Friederike Luise Lemniskate 1780 Friedrich II. Herzog von Württemberg. Karl Georg August Lemniskate 1790 Friederike Luise Wilhelmina von Oranien. Caroline Amalie Lemniskate 1795 Georg IV. König von Großbritannien. Georg August Friedrich Wilhelm Amelie Caroline Dorothea Luise. Aus einer seit 1766 bestehenden außerehelichen Beziehung mit Maria Antonia von Branconi entstammte Karl Anton Ferdinand. 1773 geadelt als Graf von Forstenburg. Einen weiteren Sohn, den Pädagogen Johann Jakob Theodor Schacht, hatte er mit Luise Henriette von Hertefeld. Standbilder und Denkmale Reiterstandbild vor dem Braunschweiger Schloss enthüllt am 10. November 1874. Entworfen von Franz Pöninger und ausgeführt von Georg Ferdinand Hohwald. Hassenhausen bei Bad Kösen. Denkmal am Ort der Verwundung während der Schlacht bei Auerstedt am 14. Oktober 1806 errichtet im April 1808 auf dem Friedhof von Taugwitz. Umgesetzt 1815 an die Straßen zwischen Taugwitz und Hassenhausen, zu seinen Ehren wurde seine Büste in der Wallhalle aufgestellt. Auf dem Löwenwall in Braunschweig erinnert ein Obelisk an ihn und seinen Sohn Friedrich Wilhelm.